Okay Leute, willkommen bei Alan Wake. Also, ihr habt etwas verpasst. Wir haben unseren, äh, obwohl nicht unseren, sondern den Führer von unserer Frau endlich kennengelernt. Ähm, mussten mit ihm ein bisschen Leuchtkerzen anzünden und, ja, ein paar Viecher killen. Äh, ja. Ich hab natürlich vergessen, Aufnahme zu erdrücken. Und deswegen hab ich selbst, also ich hab selbst erst gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Und, ja, ist auch schon wieder eine Weile her, seitdem ich das Game gespielt habe. Ich muss mal kurz was einstellen. Ähm, ich hoffe, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt was bringt, aber irgendwie, ah, so bewegt sich die Maus nicht so schnell. Okay, ja, und jetzt geht's halt ganz normal weiter durch den Wald. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir lang müssen. Ah, ja. Ja, genau. Das fängt ja schon mal super an. Yes. Na, komm. Gut, doch, ich sag. Und. So, ist fein. Huh. Okay. Das hat ja schon mal gut angefangen. Erst mal zwei Hits kassiert. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt wird diese Stimmung schon wieder durch diesen Nebel. Oh, Mann. Bitte nicht. Was? Wow. Und? Stirb. So, ist fein. Also, ich weiß auch gerade nicht, wie man diese Leuchtkerzen einsetzt. Ich hab's vergessen. Aber ich denke mal, ah, genau, mit vier. Gut. Ähm. Ich hab's sicher schon wieder die Hälfte übersehen. Ähm. Da geht's lang. Ah, hier. Okay. Dann mal hoch hier. Oh, oh. Ganz schön rutschig. Oh. Och, bitte nicht. Ah, die werfen nach mir. Ist hier irgendwo Licht? Ah, nein. Ich wusste, dass es nicht richtig ist. Oh, mein Gott. Ich hasse dieses Mistvieh. Wisst ihr was? Nein. Ja. Nein. Na komm, stirb. Och. Mistvieh. Wow. Komm, komm, komm. Du auch noch. Komm, komm, komm. Und stirb. So ist fallen. So ist fallen. Oh. Was steht da gerade? Ich hab irgendwas gesehen. Hörwolle war Munition, ne? Äh, nein. Na egal. Okay. Gib mir die Muni. Hä? Ah, jetzt. Okay. Kurz mal heilen. Nachgeladen hab ich schon. Und da hinten nehmen wir erstmal... Hab ich irgendwas gehört? Nein. Okay. Okay, erstmal die Manuskriptseite. Und die... Oh, das Jagdgewehr. Ich dachte, das wäre eine Schrottwinte. Oh. Oh, okay. Ich nehm aber erstmal den Revolver. Ich will ja nicht gleich alles verschwinden. Ähm. Wo geht's lang? Anscheinend... Hä? Moment. Hier runter, oder nicht? Ich glaube schon. Ich hoffe mal. Ja? Ja? Ich hatte den Flugzeugabschluss gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen. Aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den... Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Irgendwas wird ja damit sein. Und ne Leuchtfackel. Oh. Was haben wir denn da hinten? Oh, ein Kontrollpunkt. Das ist gut. Das heißt aber... Eigentlich ist es nicht gut. Weil jetzt muss irgendwas kommen, was... Unerfreulich ist. Wow, wow, wow. Ach, bitte nicht. Oh. Yeah. Was fällt denn eigentlich an, einen mit Hammern auf mich zu werfen? Oh. So. Okay. Ich sollte mir vielleicht mal abgewöhnen, Rechtsklick, also zum Zielen zu machen. Oh nein. Wie viele denn noch? Nein. Oh. Meilenweit entfernt. Das ist nicht gut. Oh. Hä? Wie hat er mich getroffen? Bitte. Mann. Oh ja. Langsam ist er mal gut jetzt. So. Das wird auch immer schwieriger. Das finde ich nicht gut. Erst mal ins Licht, falls das überhaupt Licht ist. Ja, ich glaube, hier kann man Licht einschalten. Schneller. Schneller. Puh. Fein. Okay, heißt, ich habe wohl noch nicht ganz verkackt. Das war wahrscheinlich so geplant, dass ich hier wieder ein bisschen Leben dazu bekomme. Ja, ich denke mal, ich muss nach da oben. Oh nein. Zu viel Nebel. Oh. Okay. Gehen wir mal da rüber. Mal gucken, was mich da erwartet. Oh. Ich dachte, ich habe da eben Menschen gesehen. Ah, da hinten hat was geblitzelt. Ich habe es gesehen. Ich hoffe, ich bilde mir das jetzt nicht ein. Aha, ja klar. Okay, ich dachte, ich habe irgendwas gesehen. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich umgucke manchmal. Glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Oh ja. Okay, einen Schmack weg. So, Batterien nehme ich gerne. Du auch. Jetzt mal kurz nachlangen. Stirb. War es das? Ja, Musik ist weg. Das waren alle. Was haben wir hier, Shannis? Gib mir die Gießkanne. Komm. Nimm sie dir, Ellen. Was gibt es denn hier? Gips? Gips. Hm. Was gibt es hier? Boah. Okay. Keine Panik. So. Auf das Mühlendach gehen. Okay, hier komme ich nicht lang. Dann klettern wir mal eine Runde. Okay. Wow. Ähm. Ja. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht immer machen. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht immer machen. Aber ich nehme erst mal die Revolver-Muni. Immer her damit. Und was haben wir hier schönes? Dunkelheit. Ähm, ja. Ich werde schon noch früh gemerkt, ob ich das wegmachen muss. Kann ich da überhaupt durchgehen? Oh. Okay. Hab's verstanden. Ähm. Was gibt es hier schönes? Manuskriptseite. Ja, die sollte ich vielleicht auch mal vorlesen. Oder er sollte sie mal vorlesen. Agent Nightingale wollte nicht in Bright Falls sein. Diese kleinen Gemeinden stießen ihn ab. Er mochte auch die Bäume und den Kaffee nicht. Dann geht's. Ja.